71 etwas wollen Was wollt ihr? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Freunde besuchen? wollen Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht hingehen. Ich will nach Hause gehen. Ich will zu Hause bleiben. Ich will allein sein. Willst du hier bleiben? Willst du hier essen? Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kaffee? 72 72 etwas müssen 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 Ich muss den Brief verschicken. Ich muss den Brief verschicken. Ich muss das Hotel bezahlen. Ich muss das Hotel bezahlen. Du musst früh aufstehen. Du musst früh aufstehen. Du musst viel arbeiten. Du musst pünktlich sein. Du musst pünktlich sein. Er muss tanken. Er muss tanken. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto reparieren. Er muss das Auto waschen. Er muss das Auto waschen. Sie muss einkaufen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wäsche waschen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. 73 Etwas dürfen. Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon Alkohol trinken? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Dürfen Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man mit Scheck bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Darf ich mal eben telefonieren? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas sagen? Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir getrennt zahlen? 74 Um etwas bitten. Können Sie mir die Haare schneiden? Nicht zu kurz bitte. Etwas kürzer bitte. Können Sie die Bilder entwickeln? Die Fotos sind auf der CD. Die Fotos sind in der Kamera. Können Sie die Uhr reparieren? Können Sie die Uhr reparieren? Das Glas ist kaputt. Die Batterie ist leer. Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie mir Feuer geben? Können Sie mir Feuer geben? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Rauchen Sie Zigarren? Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Pfeife? 75 75 Etwas begründen, 1 Etwas begründen, 1 Warum kommen Sie nicht? Das Wetter ist so schlecht. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommst du nicht? Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Warum gehen Sie schon? Ich bin müde. Ich bin müde. Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Es ist schon spät. Es ist schon spät. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich bin müde. Ich bin müde. Und so bevor rapporten Sie schon. Es ist noch eine Zeit lang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017